Was geht YouTube, herzlich willkommen zu Episode 14, Fortnite, Road to Pro, dabei sind natürlich wieder mal Massi und Sweezy. Yo, let's go. Und die fliegen natürlich nach Hause, nach Tilted Towers, Leute, man kennt ihn. Oh mein Gott, wie viele. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ihr glaubt es nicht, was gleich passiert. Ihr glaubt nicht, was gleich passiert, Jungs. Als ob das auf die Länge auch, Jungs. Ihr glaubt es nicht, was gleich passiert. Ich mein's ernst. Massaker, warte, 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 ich nehme dich, komm, 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 komm. Ihr glaubt nicht, was da passiert. Ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt... Nein, ich hab sowas noch nie gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, Digger. Bei dem Tower, bei dem Tower sind... Bei den L-Häusern sind auch schon... Ein Dicker, das ist der heftigste Anfang, Digger. Ja, die Shotgun, nein. Die Folge nenne ich hundertprozentig 99 Droppen in Dingens, Alter. Wirklich, jetzt. Ich hab sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Ey. Ich werd sofort getötet, ich werd sofort getötet jetzt. Chill, chill, chill. Ja, ich muss, keine Ahnung, Digger. Komm zu mir, ich hab ne Waffe, ich hab Steilwaffen. Ich bin tot, ich kann's nicht überleben. Ja, er hat Schild gehabt, was soll ich machen? Ja, kill mich, du Afro-Kopf. Ich hasse alle Menschen, die Afro haben. Malen. Ich war's. Ey, Mann. Jungs, ich bin so auf der Flucht. Ich hab Tittetau schon verlassen. Was? Setz auf. Typ jagt mich. Komm, wir haben mich jagt, Suisi. Ja, ich seh's, ich seh's. Ich hab ihn outplayed. Ich schlöre, ich hab ihn outplayed. Hilfe. Komm, ich komme. Wo ist er? Er kommt jetzt hinter mir. Oh mein Gott. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nein! Ey, Jungs, ganz ehrlich, ich hab, das war der krasseste Moment überhaupt gerade. Das wird so safe. Ich weiß das, das ist dann auch irgendwann wie so, als ob es so regnet über der Stadt. Ja, aber das war so heftig gerade, ne? Alter. Komm, Alter. Okay, seid ihr bereit für Marcel's Call? Bereit. Ich bin bereit. Okay, wir gehen Shifty Shafts, Leute. Shifty Shafts, okay. Fällt mir ehrlich gesagt. Shifty Shweps. Ja, Shifty Shweps, Digga. Let's go. Shifty Shweps, neuer. Wie würde Kiwi Shifty Shafts nennen? Shifty Shafts? Aber das Ding ist, da ist es nicht so schlimm, weil es schon Shifty Shafts heißt. Verstehst du? Wie schlimmer wär's bei Salty Springs oder so? Salty Springs. Ja. Da Musch die Meier, Digga. Das ist so fett Musch die da unten rechts. Wie heißt Slums nochmal? Schlums, ne? Schlums, ja. Oh Gott, ich sehe, was blau ist direkt. Hier, jump ein anderer. Komplettes Quad. Ja, die haben... Ey, er hat mal eine Kiste, Mann. Jungs, ich jag jetzt einen, ich jag jetzt einen. Er hat ne Shotgun. Ja, ich hab verkackt. Ja, ich bin tot, Jungs. Nein, nein, nein. Ich bin tot, glaub mir. Also ich komm zu dir. Also ich mach ein Wunder. Ich lebe noch, das ist wirklich ein Wunder. Lauf, laufen, dein Leben. Wo bist du, ich komme. Wo bist du genau? Ich hab ihn outplayed, ich hab ihn verarscht, Suisi. Er hat ne Boogie-Bombe geworfen. Ich tanze. Er tanzt auch, er tanzt auch. Komm zu, Jungs, ich komm zu, ich sei in der Mine. Digga, das war so legendär, wie ich das überlebt hab gerade. Er ist weggelaufen. Er ist weggelaufen. Mann, ich kann mich nicht hochbauen zu euch. Ich hab nicht... Vielleicht helfen, komm, aber es geht nicht. Er ist weggelaufen, Digga. Ich weiß, wo er ist, aber ich komm da gerade nicht hin, weil ich auch nichts zum Bauen hab. Du bist die Folge in eine legendäre Flucht in Fortnite. Hier ist ne Shotgun, Marcel. Bei mir ist auch, er kann irgendwie zu mir kommen. Hab ihn. Marcel, komm her. Marcel. Ja, warte, warte. Ich bin so lebender Tote, hast du das Problem. Ja, hier ist ne Shotgun. Da, Jungs, ich bin da, ich bin da. Wo sind die, wo sind die? Ich muss kurz den Trank hier gönnen. Ich weiß nicht, einer ist da und auf jeden Fall komplett finished. Ja, leider ne Shotgun, ich kann eine abgeben. Ja, ich brauche eine. Hier liegt auch ne eine. Oh mein Gott, Jungs, ich hab... Oh mein Gott, ich hab den RPG. Oh Gott, perfekt. Jungs, warte mal eben, ich brauch ne Shotgun. Na, hier, komm her hoch, Digga. Na, er hab ich auch noch nicht. Eigentlich gar nichts. Ich kann euch noch einen kleinen Schildi geben. Ja, den würde ich gerne nehmen. Ja, gib ihm die Shotgun. Der übel weak, Digga, lol. Ja, hab ich euch schon gesagt, ich war letztens schwimmen, ne. Da wurden wir aus dem Geldbeutel... Einfach, weil, pass auf, ich hole mein Handy, was ich dann kaputt gemacht hab für ein paar Snaps. Und ich so, mein Handy... Ach, war es doch nicht wasserdicht und dachtest du es aber, oder was? Es war wasserdicht, aber es hat so einen Riss gehabt und alle meinten zu mir, mach es nicht, glaubt mir, es geht kaputt, ich so scheiß drauf und es ist wirklich kaputt gegangen. Und jedenfalls, Digga, dann lass ich aus Versehen meine Kabine offen, okay, unbewusst, als ich mein Handy geholt hab. Kommt irgend so ein Bastard und hat noch so 100 Euro Bar aus meinem Geldbeutel geklaut. Ja, ich hab's auch... Digga, wie schnell sind die Leute bei sowas, Digga? Digga, und du weißt gar nicht, wie gern ich diesen Typen in dem Moment gesehen hätte. Ich hätte ihn so in den Spind reingetreten. Ey, Massi, die eine Story, das ist bei mir das Krasse der Welt. Ich war in irgendeinem Dorf... Wie geschieht die hier? ...auf dem Parkplatz, ne, von einem Baumarkt. Ja. Von dem fucking Baumarkt. Und mein Paul-Barnier lag eine Sekunde neben mir im Wagen, während ich meine Einkäufe eingeräumt hab, ins Auto. Und das war, was, wo war das? Einfach auf dem normalen Parkplatz von so einem Baumarkt. Okay, hier nimm das einer, Jungs. Warte. Und, ähm, ich nehm das so. So direkt weg, oder? Digga, weg, das war das, was Amt von mir geschenkt hat. Das Paul-Barnier hat alleine 400 gekostet. Du hast wirklich nur so eine Sekunde weggeschaut, und es war weg, oder was? Ja, es war einfach weg, Digga. So ein Typ ist einfach, eine einzige Person ist in der Zeit an meinem Wagen vorbeigelaufen. Eine einzige, Digga. Mehr Fail geht echt nicht. Das ist so krass, wie frech die Leute sind. Sind da unten vielleicht noch Sachen bei S? Ich kann zu der Story später noch ein sehr lustiges Detail erzählen, aber nicht in der Aufnahme. Okay. Ja, gut. Wollen wir mal einmal ausnahmsweise nicht Richtung Zilted laufen? Ja, dann lass mal hier die Stadt noch abchecken, oder nicht? Wie viel AR-Muni habt ihr? Ich hab 30 Schuss. Ich hab noch einen großen Schild und einen... Ich seh ihn, ich seh ihn, Jungs. Bei mir. Oh. Er läuft jetzt hier lang, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht. 105 jetzt. Denke, der hat aber... Weit weg? Der hat Kollegen und Waffen. Okay, ich seh schon mal einen. Ich seh schon mal zwei. Sehr close bei mir. Kommt her, Jungs. Ich komm. Ich warte auf euch auf den perfekten Moment. Ich hab auch ein bisschen... Ich hab Scope, also wenn die ein bisschen weiter weg... Warte, ich baller und Raketenwaffe in die rein. Warte. Wo sind die denn genau? Ach so. Hier ist der Hütte drin. Also hier waren die. Er ist oben drin. Die sind dahinter, dahinter ist auch einer. Einer ist down, einer ist down. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Let's go. Alle down, oder? Alle down? Ja. Guck mal, er hat gehett geschickt. Ich hab nur seinen Kopf gesehen, Digga. Ich hab die so weggeballert. Die waren so schlecht. Hier ist Shotgun, Monim. Ja, hier sind auch Raketen. Ja, hier ist... Warte, machst du, ich leg die anderen Raketen hier hin. Ey, ich scheiß auf den Schild, den kann jemand von euch... Big-Shieldy, oder was? Einen normalen. Ich hab noch zwei kleine Shieldys. Ja, dann stack die, stack die. Ja. Ja, Jungs, ich hab... Ich hab, Digga, oh mein Gott. Ich hab, Digga, genau so müssen wir das machen. Ich war so ungierig gerade, ne? Ich hab so gewartet auf euch. Ja, gut so. Let's go. Brauch aber unbedingt AR-Muni, Jungs. Ich hab 80. 27 Schuss, wie viel hast du noch sein? Ja, ich hab 42. Dann gib mir mal so ein 20 Schuss, wir Hexen. Was liegt denn hier? Vielleicht liegt hier was. Oh, nice, perfekt. Hier, komm, wir gehen jetzt zu Salty Springs. Na, ich hab so gejockt. Ah, ich seh schon was. Gegner? Ja, ich weiß nicht, da ist so ne kleine Rüstung halt. Aber die scheint irgendwie verlassen zu sein. Da hinten? Ja, ich weiß, was du meinst. Das hat schon kaputt. Ja, immer wenn die so, genau, wenn die so blau auflöchten, das heißt, da wurd du schon drauf geschossen. Also, saves irgendjemand noch hier. Ja, ja. Boah, ich hab 100, 100. Wir dürfen das nicht chocken. Mann, Alter. Den Raketen, Digga, wenn wir irgendwo so ein Building sehen, ich werd das so sprengen. Richtig Afghan-Style, oder was? Genau so, Digga, nochmal. Okay, warte mal. Warte mal, da, naja, da auch nicht. Hier ist tatsächlich niemand mehr, glaub ich. Denkst du nicht? In der ganzen Stadt? Kann ich mir nicht vorstellen, eigentlich. Irgendwie nicht so aus. Also, warte, außer sie nützt hier. Ja, auch kein Schwein. Außer, sie kennt mir in der Falle im Haus oben. Blaues Copter, ja, auch ne blaue Burst-AR, falls einer will. Ja, ich brauch ne, obwohl, ne, ja wohl. Oh, Granatenwerfer von irgendwo, hab ich gehört. Ja, ich auch. Ich glaube von unten, von O, glaub ich, also SO, glaub ich. Ja, glaub ich. Oder? Auf der Straße, hier, warte. Ah, ne, 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 ne. Ja, ich seh ihn. Er ist so weak. Er ist so weak. Down, 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 down. Let's go. Auf dem Dach, auf dem Dach, sein Mate ist auf dem Dach hier. Weak. Komm, den hitten wir, den hitten wir. Habt ihr anderen hingerichtet? Komm, komm, ich push den hier, Jungs. Wo ist der? Ich komm mit dem. Der ist hier in dem Haus von mir. Er ist oben, er ist oben, hast du? Unten jetzt. Wo ist der, hast du? Na, ist alle down? Ja, war der sofort down? Ja, ja. Er hat ne blaue Schotter und nen Granatenwerfer. Jungs, ich brauch jetzt Shieldies. Ja, ja, komm her, komm her. Warte, ich hab hier vier. Ja. Masih, hast du Dings hier? Paar Raketenwerfer, Muni. Ich hab zehn Raketen. Hier, Shieldies. Ich hab Dings hier, Granatenwerfer halt. Aber keine Ahnung, ob dir was geben, oder was? Blaue Shotgun, wo ist blaue Shotgun? Warte, Masih, hast du mir gerade alle gegeben? Ja, vier Schlick. Okay, dann, ich kann das schon halten. Ja, so drei kann ich dir geben. Ja, passt. Warte mal, Jungs. Ich, ähm. Ja, die Raketen sind wichtiger als Granatenwerfer. Habt ihr die Blaue Shotgun genommen? Ja. Nee, ich nicht. Okay, easy. Ey, Gegner, Gegner, Gegner. Wo, 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 wo? Sack. Digga. Mein Gott, Digga, nein, niemals. Baut zu, baut Ziegel, baut Ziegel. Warte, ich muss hier. Ich hab keine Ziegel, Digga. Baut irgendwas, da sind drei Stück auf dem Dach. Die naden mich. Puschen die? Ja, naden, naden. Ja. Manacrium. Ich muss abhauen, Digga. Die Nad hat mich so gepittet. Digga, ich hab sie nur auf dem Dach gesehen, hab mich so erschrocken. Du bist komplett tot, Masih. Digga, wie schlecht ist diese Scope-AR? Ich hab ihn jetzt, Mann. Das gibt's ja nicht, Digga. Oh mein Gott, ich bin so... Dieben HP. Warte mal. Sie pushen, Marcel. Digga, die Scope-AR ist so schlecht. Ich benutze ihn hier wieder. Was war das? Die werfen Nades. Ja, das war meine. Wer ist denn mit der Wand da hinten, Digga? Links. Er ist so one bullet, Digga. Wo ist er? Links von dir, links vom Haus. Er ist direkt bei dir, Marcel, der eine. Digga, wie kann er noch leben? Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Links von dir ist der letzte irgendwo. Er ist im Haus. Er ist tot, also der andere ist eliminiert. Im Haus, der letzte. Im Haus. Hab ihn. Nice. Komplett down, alle, ja, oder? Oh mein Gott. Lieder Shotgun, ach du Scheiße. Jungs, da liegt mein Raketenwerfer alles. Lieder Shotgun, ich glaub Sweezy hat sich schon gesortet. Ja. Ja, warte. Du kannst blauer Shotgun nehmen. Aber Lieder Shotgun hab ich schon, never mind. Ihr müsst den Raketenwerfer mitnehmen. Ja, hab ich, hab ich. Ah, okay. Aber ich hab, als ob, niemand hat ne Ska, oder was? Nee. Hast du den anderen noch gelootet, den du oben geholt hast? Ich hab zwei Fallen. Hielt euch erstmal hoch mit Shieldies, Jungs. Da lagen noch Shieldies irgendwo. Echt? Besorg mir die mal. Ich hab so viel Materialien. Ah, da, 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 da. Links, 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 wie sie. Draußen. Netz rechts. Ah, da, ja. Bring die mal mit. Ich geh hier ins Haus. Aber es sind nur zwei oder drei. Ja, nur zwei. Macht 50-50. Ja, dann komm her. Dann nimm die mit. Warte mal, ich muss gucken, ob ich hier alles gesortet hab. Warte, ich erste nämlich, meine Verbände. Hab ich jetzt gemacht, Digga. Achso. Nee, das war falsch. Da liegt draußen, Digga. Wo denn? Rechts auf der Straße. Das ist hier liegen, Digga. Lass mich richtig sterben. Nein. Digga, man. Die standen einfach auf dem Dach, man. Die kamen auf einmal, diesen Herr, die hier. Ja. Aber das Einzige ist, was wir angewöhnen muss, ist immer Himmelsrichtung, nicht Gegner, Gegner. Ja. Ich hätte mich... Die standen so zu dritt auf dem Dach und schau mich so an, Digga. Ich hab mich so erschrocken. Ja, die haben nichts gemacht, Digga. Ich hab so viel Material, ne. Wenn du Himmelsrichtung sagst, dann baue ich sofort deine Wand, weißt du. Ja. Wäre ich gar nicht da umgegangen. Aber ich wusste gar nicht, wo ich drehe mich so achtmal im Kreis. Schweezy, lass mal hier eine Zimmerwohnung bauen, oder? Ich hab alles. Wir müssen musen. Ich hab sogar Stahl und so, ich hab alles, Digga. Ich hab so niedriges Material gehabt. Ich hab 500 Holz, 200 Steine und 150 Stahl. Ich baue jetzt auch... Ich kann absoluten Wild Shades hinterher nochmal neu bauen. Wir können eigentlich hier kurz chillen, Digga, und hinter uns schauen. Wir brauchen wir hier auf das Haus eine Einzimmerwohnung bauen? Wirst du auf dem Haus bauen, oder wie? Ja, warum nicht, oder? Keine Ahnung, lass das mal kurz hinter uns gucken, weil da safe auch Gegner kommen werden. Baut jemand ab, oder warst du das Weezy? Ich war das. Nee, ich hab nicht. Wieso kann ich hier nicht bauen, Massi? Wegen dem Baum hier. Das war Stahl, das war jetzt nicht so nötig. Ich chocke so heftig, Mann. Ich glaube, da kommt keiner mehr. Wie viele? Oh, zwei Zimmerwohnen. Oh, oh. Welche Zimmer hatten die Wohnungen, Digga? Es gibt einige Zimmer. Ich komm gleich rein zu dir. Habst du das Loft bauen, oder was? Ja. Ey, auf uns? Nein, 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 das war Dingens. Loot Drop haben die geöffnet. Achso. Wir haben keine Sniper, oder? Ich glaube nicht. Ja, die können eh nicht snipen. Ich glaube, von hinten warst du. Ich glaube, von hinten kommt keiner mehr. Ja, von hinten wird's schwer. Wer jetzt von hinten kommt, der ist so One-Shot, Digga. Da... Wo sind die? Da hinten, Massi, sehe ich ihn rechts. Am Baum, hinter dieser Baumkrone. Genau dahinter sind die langgelaufen. Also... Bei dem Loot Drop, die poppen sich das Loot Drop gerade. Ja, wir müssen auch dahin eigentlich laufen, Digga. Ja, müsst ihr auch. Da ist doch Krieg, ihr könnt euch eigentlich annähern jetzt. Let's go. Okay, gehen wir dahin. Wir können auch linksrum einfach laufen und einen auf Pussy machen. Bittet ihr auch, ja? Das Leben halt nur noch sechs Leute, Digga. Ja, holt mal noch so einen epischen Win, ohne mich. Ja, die bauen sich dazu. Ich könnte halt mit Raketenwerfer draufbauen. Aber ich würde sagen, ihr geht linksrum. Ich weiß ja nicht. Ich weiß halt nicht, wo die anderen sind oder wie viele das sind. Wenn es jetzt vier Leute da hinten sind, dann... Das Ding ist... Du könntest schon zwei Raketen rüber sorten und dann... Hier, aber rauf, aim'n. Aim'n, aim'n, aim'n. Aim'n, aim'n. Ja, da, 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 da. Einer ist down, einer ist down. Oh, ja, Mann. Walla, die nächste drauf. Die Sculptein ist gar nicht so schlecht, wie ich dachte, ne? Ey, ich hab... Noch einer ist down. La, roll was? Dann, ich push jetzt, Digga. Da liegt einer, hier liegt er. Hier kriegt er. Finishing, finishing. Die anderen sind da. Die anderen sind da. Genau, linkes Haus, linkes Haus, Suisi. Im linken Metallding, Suisi, hier vor dir. Ich hab ihn so gehittet, ne? Da drin ist einer, Suisi. Er ist so gehittet, er ist so gehittet. Er ist so gehittet, Suisi. One, bitte gib ihm in one shot. Äh, genau, Suisi, genau. Von wo schießt der denn? Scheiß drauf. Er ist da drin, siehst du, siehst du? Er ist down. Nein, da ist noch einer drin. Nein, nein, nein. Der ist da hinter dir. Genau, jetzt nimm dir das Karte, Digga. Ey, von wo schießen die auf mich? Ich schieße. Da sind Mini-Shieldies, Medi-Pack, hier ist alles, Jungs. Ey, die anderen sind da hinten, Marcel. Also auf NW, NW. Die Shieldies und das Medi-Pack. Ich hab halt keine AR-Munition mehr, ne? Ich muss jetzt fahren. Hier ist alles, hier ist alles, was du willst. Digga, ich hab 700 Schuss AR. Da liegt noch mehr Munis, wie siehst du? Digga, ich brauch keine Muni mehr, ich hab 700, Digga. Dann könnte er auch Marcel geben. Ich bin, auf mich wird geschossen. Ja, das sind da hinten die Sniper, ich seh die da hinten. Ja, ja, die Sniper, Alter, was die sich gebaut haben, ne? Siehst du, dass Marcel, die haben da so den... Oh mein Gott, Arte. Versucht mal drauf zu Sniper. Echt mal den Loot-Drop, Digga, das ist die goldene Scar, safe. Ja, das Ding ist, die Sniper da hinten, das sind zwei Leute, Digga. Ja, Alter, das kriegst du schon hin, Digga. Kann man seine eigene Falle auslösen? Ey, die Sniper sind so heftig auf uns da hinten. Baut einfach kurz ne Wand, fahr auf den Loot-Drop und öffnet den. Ey, die haben Dings hier verbracht. Oh ja, Marcel, geh raus, da kommt was. Ihr müsst den Loot-Drop mitnehmen, wenn ich seid ihr keine irgendeine... Ich hab doch ne Ska-H, Digga, ich brauch gar nicht. Der ist noch ne lila Sniper, Digga. Wo sind denn die? In der rechten, Marcel, da rechts, 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 rechts. Da, genau da, genau da. Boah, die snipen so heftig auf mich. Können die die Ska, Marcel, ohne Scheiß. Ich muss diesen Loot-Drop mitnehmen. Ja, ich kann den Loot-Drop nicht öffnen, Digga. Die ballern so drauf, Digga. Aber wieso baust du nicht einfach ne Wand dort? Ja, baue ich doch. Die schießen das doch die ganze Zeit ab, Digga. Was heißt, schieß mal zurück, genau. Warte, ey, pass auf, Zone. Ey, ihr seid drin, ihr seid drin. Ey, die müssen auch moven. Das sind die beiden, das sind nur auf die beiden, ne? Ja, ja. Ja, das sind nur noch die. Ey, die müssen auch moven, also von daher... Hau mal da ne Rakete rein, damit die mal ein bisschen Respekt haben. Egal, schieß mal. Hast du Raketen werfen, Manni? Warte, warte, ich gucke. Ja, hab ich, ich hab elf Raketen. Oh my god, gib die Sweezy, gib die Sweezy, der kann den kompletten Tor festmachen. Ich hab die hier, ich hab die, die rutschen hier runter, die kommen, hier sind die. Ich komm hier nicht rein, Digga. Ja, dann nimmst du wieder, Marcel. Oder drop die nochmal. Oh, die ist... Woher, wo, Marcel, wo? Hier, hier, hier. Oh, die snipen hier so drauf, arme Nerväudung. Ich hab, du hast nur fünf gejobbt. Ja, warte, 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 warte. Er hat noch mehr gedroppt jetzt. Bumpt die weg, Digga. Wo, ja, ich kann... Die sind in den Kopf, Marcel, duck dich, duck dich. Warte, 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 ich krieg den Schild drin nicht aufgehoben, Mann. Ich muss wechseln, genau, Waffe wechseln, jetzt. Ja, ich chill hier mein Leben, Digga. Ja, genau, scheiß drauf, scheiß drauf, Marcel, so. Und jetzt geh hinter dir zu dem Loot-Drop. Ey, ich treff den scheiß Sniper-Shot nicht, Mann. Wo ist denn der? Ey, links, 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 links. Da. Goldene Ska, Videotitel. Raketenwerfer. Nimmst, 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 nimmst. Und jetzt gegen Cover, gegen Cover. Also, ich hab so einen Schuss kassiert, warte, ich nehm kurz... Ja, ich nehm Medipack. Ja, nice. Warte, ich hab noch Raketenwerfer, fünf Raketen, Suisi. Ja, Digga, ich treff den scheiß Sniper-Shot nicht. Die Zone kommt. Suisi hat selber Raketen, ihr könnt da reinbomben. Die Zone fing nicht mehr. Naja, Marcel mein ich, sorry. Achso. Die müssen laufen, Digga, aber die müssen auch laufen. Ja, die Zone macht Krankendamage. Die müssen aber auch laufen, chill. Ja, stimmt, die sehen euch nicht. Ey, Suisi, du machst das gut. Ey, die, wir haben die bessere Pussy. Ja, der eine ist Openfield, ne? Ja, ich weiß. Beide Openfield für Suisi, Marcel, pass auf. Ich hab keine Munition mehr, ich hab meine AR liegen lassen. Raketen, 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 Marcel. Ey, nur bisschen geht's. Wirk vor dir, bomb die rein. Nein, warte, die eine Rakete kommt. Nein. Ja, die ist drüber. Suisi, du musst klatschen. Klatsch den Shit jetzt. Na, fuck, Mann. Ich hab so gechoakt, weil ich meine AR liegen lasse. Ja, der wird mich jetzt hinrechnen. Genau bei mir, genau bei mir ist einer. Der kommt rum, der kommt rum, der pusht dich. Let's go. Der andere, der ankommt auch genau gleiche Weg. Der gleiche Weg, gleiche Weg, gleiche Weg. Nein, ich muss da. Nein, nein. Ich muss das sagen, wenn du den holst, bist du der beste Spieler der Welt. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Ich hab ihn aber gehittet, Digga. Ey, es war so absolut meinetisch, weil ich ja gesagt, öffne den Lootjob und Marcel nimmt den Raketen, aber wohl dropped seine AR. Ja, ich wusste, ich hätte das nicht holen sollen. Oh, fuck. Äh, egal, Digga. Okay, Leute, lasst einen Like für die Folge da sehr intensiv, würde ich sagen. Ich bin erstmal raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.